Yeah yeah, ich bin back Mein guten Abend, Friday Stream Wir zocken heute Abend Lego Fortnite weiter So, wir haben eine zweite Welt angefangen Falls ihr uns das Wir werden jetzt Versuchen Unser Dorf weiter zu Entwickeln Dazu gehen wir hier zum Dorfzentrum Schauen was wir brauchen Wir brauchen Knochenwurzel Die gibt es in den Höhlen Wir brauchen Planken, die können wir mit dem Sägewerk machen Um die Knochenwurzel abzubauen Brauchen wir ein stärkeres Wie sagt man Eine stärkere Werkbank und dazu brauchen wir Um die aufzurüsten Kommen wir Planken Acht Stück Und Panzer Wir müssen diese Panzer finden Die finden wir entweder in Kisten Oder von diesen einen Viechern Von diesen Rollern Wir machen uns jetzt hier auf den Weg Mit unseren Kollegen Fackel in der Hand Es ist am Tag Oh wir haben auch viele Äxte Ich meine hier hinten Gab es so Roller Die uns genervt haben Freut mich übrigens jetzt heute Abend mal mit Camp Ansonsten habe ich das ja nur mit der Stimme begleitet Schön dass ihr dabei seid Verzeiht mir wenn ich auf das Spiel konzentriert bin Da ist ein Wolf Er hat uns noch nicht gesehen Zum Gras raus Oh echt wirklich das ist mein Lieblingsspiel Momentan Macht so einen Bock Natürlich nehmen wir mal ein paar Granitsteine mit Da ist ein Roller Sehr gut Hier nimm deine Fackel wieder Wird keine Fackel Aber wenn wir hier keine Fackel ausgewählt haben Wählen wir mal Fackel aus Machen die Fackel hier rüber Geht das nicht Warum geht das nicht Machen wir erstmal das frei Dann die Fackel dahin Okay das geht Jetzt reden wir mit der Person Geben ihr eine Fackel Denn es ist immer gut wenn die Person auch eine Fackel in der Hand hat Hä Okay hat eine Fackel Welche Dinger haben wir denn jetzt gesammelt Oh wir haben nur einen Panzer Wir brauchen aber Ich glaube es waren drei Und wir müssen was essen So bevor wir gleich verhungern Das ist ein Pilz Den sollten wir uns auch mal Zu Leibe führen Den können wir nicht auswählen Oh 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 Ich bin eine Plasmische Der ist gleich noch so ein Kürbis Wir brauchen unbedingt Nahrung Okay Oh da hinten sitzt jetzt ein Stein Den kann man schön rollen Nice Okay was war das für ein Geräusch Da Wir folgen eben Vielleicht finden wir eine Truhe Mit dem was wir suchen Wohin Wohin Willkommen Oh Wölfe zwei Stück Kommt her wir kämpfen gegen euch Okay den einen haben wir Wir haben alle Wölfe Erledigen Sehr gut Können wir dem nicht weiter folgen Da ist schon eine Truhe Oh ein Lama Ich spreche ihn Ähm was lassen wir denn fallen Wohin lassen wir Auch mit Granit brauchen wir Feder brauchen wir Schubsaft Okay Schubsaft ist sehr gut Wir lassen die Knochen fallen So nehmen wir noch die Schaufel mit Ähm Was geben wir ihm noch Eine Schaufel Einen Spitzack haben wir ihm gegeben Und wir geben ihm eine Schaufel noch später Jetzt brauchen wir noch so Roller Wir müssen gegen so Roller kämpfen Bald wird es dunkel Wir müssen auch wieder zurück Vielleicht auf dem Rückweg Kommt uns noch diese Rolle entgegen Mal schauen Oh Nein das sind nur kleine Kinder Aber die töten wir natürlich auch Brauchen deren Seite Ach Wo ist unsere Basis Da hinten etwa Jetzt sollten wir uns aber auch beeilen Wir nehmen die Fackel Mal in die linke Hand Ab geht er der Peter Wir brauchen diese Roller Na hi wie geht's Ja was hat der alles Fehlte an der herzen Roller Sehr gut Wir suchen mal ob wir hier noch das Dach fertig kriegen Mal gucken Ist ja eigentlich da dran passen Na Leute geht's nicht so wie ich mir das vorstelle Bauvideos angucken Gibt's ja Graz kurz Grün aufgeleuchtet So hätte ich gedacht Oh da war es einfach grün Oh es passt Oh hat das lange gedauert Das ist ja gar nicht einfach Das jetzt passt da dran bauen Ob das überhaupt so geht Okay Aber ist erstmal gar nicht so notwendig Hauptsache hinten das ist unterdacht Man kann das nämlich Seidenfaden Können wir auch schon mal ein bisschen herstellen Wie gearbeitet wird Na ihr blöden Skelette Boah die haben unser Haus kaputt gemacht Das finde ich gar nicht in Ordnung Wir bauen hier mal Eine Wand hin oder Mit einer Tür Wo haben wir denn sowas Wände mit Türen Mit einer Tür Okay Haben wir hier schon mal so ein bisschen abgegrenzt Und verstecken wir uns kurz hier oben Können wir eine Armbrust auf jeden Fall bauen Ein Konditionsgrücksbringer Okay Damit wir schneller rennen können Ich würde sagen Wir machen mal so ein schönes gegrilltes Fleisch So Kurzen Prozess oder Weil wir wende Richtige Hier hin Warum machen die so viel Palabra hier Oh Auf jeden Fall mehr Holz Ich muss den Holz sammeln gehen Ich muss den Holz sammeln Dabei Dabei Yeah 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 Diese Axt Ja, diese Axt aber Ist das schon eine bessere Axt? Gewöhnlich Okay, gewöhnlich Okay So Endlich wird's wieder hell Endlich wird's hell Wir können nichts mehr tragen Wir machen uns auf den Weg, um diese Panzer zu suchen Irgendwas müssen wir fallen lassen Auf keinen Fall die Panzer Ich möchte jetzt so einen Roller füllen Oh, wir sollten was essen Das sind noch ein paar Bären Ja, gut So, wenn man die Viecher braucht, dann findet man sie nicht Da ist ein Wolf Wer hat uns aber nicht gesehen Da Und wir laufen jetzt einfach mal Bis wir so scheiß Fischer finden Wir brauchen drei Panzer Wer ist das denn? Ja Wollen wir hier was Neues aufbauen Gibt's nicht Gibt's nicht Fuck Fuck Komm, bitte Für mich Boah, ja, sehr gut Aber auch wieder nur einen, oder was? Plus ein Panzer Jetzt haben wir zwei Toll Da ist noch ein Wolf Das haben wir schon gesehen Können wir uns im Bus verstecken Ja Das geht sogar auch Wir brauchen noch Laufen wir im Kreis Und dann laufen wir über den Hügel wieder nach Hause Bevor es dunkel wird Boah, hier gibt's nichts Hier waren wir schon Hier sind wir schon mal lang gelaufen Nicht haben wir Glück Und so ein Vieh kommt aus dem Boden Ja, da seh ich einen Komm raus Ja, endlich Schnell nach Hause Boah, da ist schon wieder so Wir haben uns gesehen Er läuft genau dahin Wo wir auch hinwollen Wir schaffen den, oder? Nein Ist meine Axt auch noch kaputt Komm, wir laufen hinter ihm Vielleicht sieht er uns nicht Schnell, schnell Schnell Hat uns gesehen www.dk.v.s.in. Oh, da ist noch so, Aina Die Pauere Ja, ja, ja. Sehr gut. Schnell nach Hause wieder. Irgendwo hier müsste unser Zuhause sein. Oh oh. Da muss ich ein bisschen verlaufen, oder? Oh je, ich bin mir nicht sicher mehr, wohin wir müssen. Ein bisschen mehr nach da. Können nicht mehr schnell laufen. Weil wir einfach keine Energie mehr haben. Ooh. Oh. Oh. Komm schnell, wir sind gleich bei unserem Base. Lass das schon, Homie. Ah, wieder zu Hause. So, jetzt schauen wir erst mal. Äh, ach so, genau. Wir müssen ja jetzt die Werkbank aufwerten. Haha. Äh, was? Planken brauchen wir doch. So, eine Planke, die sollte doch jetzt hier fertiggestellt worden sein, oder? So, aufrüsten. Okay, die Werkbank wurde aufgerüstet. Jetzt haben wir endlich... Eine Spitzhacke, eine ungewöhnliche, okay. Und wir können kalter Schmuck, wir können kalten Schmuck herstellen, damit können wir auch die Wüstengegenden sicher betreten. Die grenzt ja hier gleich an unser Gebiet an. Da hinten ist das Schneegebiet, wie ihr schon seht. Da kommen wir dann zum Schluss hin, soweit ich schon erfahren habe. Ähm, jetzt brauchen wir noch so Stäbe. Stellen wir doch ein paar Stäbe her. Weiß nicht, was stand da? Drei, vier. Ansonsten die Idee mit dieser Werkstatt, wo alle Geräte sind, finde ich ganz gut. Wir werden hier später noch den Zaun auf jeden Fall errichten. Können ja mal ein Stückchen weiter bauen. Na. So. Ja. Oder noch? Ist doch irgendwas falsch. Ist doch ein Bug, oder? Einmal das Tower-Teil, ja. Ich muss eigentlich hier hin. Ich hatte jetzt falsch dahin gebaut. Okay, wir können es nochmal neu machen. Sehr nice. Jetzt hätte ich gerne noch das Tor da rein. Gesetzt. Das reicht ja schon mal. Wir müssen den Rest gar nicht jetzt fertigstellen. Das ist ja schon mal ein Schutz. Und jetzt holen wir uns mal hier die Holzstäbe ab. Und wir machen uns die verbesserte Axt. Dazu brauchen wir noch ein paar mehr Stäbe. Holzstäbe brauchen wir, glaube ich, ganz viele. Solange es hell ist, gehen wir schnell auch noch einsammeln. Was dann gleich dunkel wird und wieder die Skelette kommen. Habe ich dem Typen nicht auch eigentlich eine Axt gegeben? Damit er mir helfen kann. Boah, der große Baum muss fallen. Also bis jetzt habe ich noch nicht gemerkt, dass hier irgendwelche Bäume nachwachsen. Wir sind gespannt. Jetzt müssen wir immer weiterlaufen. Wahrscheinlich bauen wir später eher mehr aus Stein und was weiß ich alles. Also wird noch viel auf uns zukommen. Ich bin wirklich gespannt. Macht Spaß, jeden Schritt mitzuerleben. Immer was Neues zu craften und was Neues herzustellen. Also, geil. Langsam dunkel. Wir brauchen hier genau die Stäbe noch abholen. Die Stäbe sind fertig. Essen war es. Unsere Werkbank ist schon besser geworden. Die bessere Waldachst wird jetzt hergestellt. Und am besten gleich noch das Schwert. Irgendwas ablegen. Das Schwert werden wir jetzt ausrüsten. Okay, Marmortafeln, Sandklauer, Sandpanzer. Um die Werkbank für das nächste Level abzucreiten, müssen wir uns auf jeden Fall schon in die Wüste begeben. Was war das für ein... Was war das für ein... Und irgendwie ist... Okay, wir müssen jetzt ganz kurz einen Plan machen, was wir als nächstes erledigen. Ich bin sofort weg. Wartet Sekunde. AHNKARTER mit dem Kleid. nos w ch 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 So, ich bin back. Ich habe aber die Hälfte vergessen. Lass ich aber Headset an. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Da sind wir dabei. Hier. So. So, ich bin back. Das ist da hinten, oder? Warum geht das nicht so da ran? Das ist doch komisch Das ist doch ganz komisch Was war das jetzt? Wie machen wir meine Mauer hin? Oh, guck mal hier Wie scheiße ich die Mauer gebaut hab Richtig kacke Geht doch mal weg Auch nicht korrekt gerade Einfach ist das nicht Wo geht das da nicht ganz dran? So Das ist doch auch fischfischkacke Okay, lassen wir das erstmal so Wer bist du denn? Korrekt für ihn Yo, welcome Die Nacht geht ganz schön lange Das nervt mich etwas Wie heißt der? Sparkluss Die haben immer ganz lustige Namen Warum glitzert das hier so? Gingen hier so viele Sachen oder was? Was brauchen wir um unser Dorf aufzuwerten? Wir brauchen jetzt die Knochenwurzel und die Planke Wir haben jetzt die verbesserte Hacke Auf jeden Fall dabei Wo ist sie denn? Ungewöhnlich Damit werden wir jetzt in die Höhle gehen Ja Es wird Tag Wir starten Gehen in die Höhle Wir brauchen nur diese scheiß Wurzeln Unser Kollege kommt mit Boah, dem hätte ich vielleicht mal ein Schwert machen sollen, oder? Ja komm, wir trauen uns aber ganz kurz rein in die Höhle Wir brauchen nur die Wurzeln Ob man da die Wurzeln hat Weiß ich wirklich genau das Wie es die Wurzeln brauchen will Wie es die Wurzeln brauchen wird Nein Äh Wie es die Wurzeln brauchen wird Wie es die Wurzeln brauchen wird Oh man, da die andere Hacke, oder was? Brauchen wir diese Wurzeln? Inventar voll wieder. Wir müssen irgendwas ablegen. Nur Wurzeln brauchen wir. Während unser Kollege hier kämpft, werden wir uns weiter die Wurzeln schnappen. Denn da können wir weiter upgraden. Nehmen wir mal das Holz. Oh, wir haben neue Gegenstandsrezepte für... Oh nein! Lass mich in Ruhe. Wo ist mein Kollege? Sind wir tot? Warum? Ich hab gar nicht gesehen, dass uns jemand angreift. Das ist doch pimpikake. Wir versuchen jetzt einfach in die Hohle reinzugehen. Unseren Rucksack uns zu schnappen. Wir schauen mal, wie viele von diesen Scheißwurzeln... Sorry, dass ich das jetzt sage. Von diesen Wurzeln... Von den wunderschönen Wurzeln. Wir brauchen 10 Stück. Ich bezweifle ja, dass wir genug Wurzeln haben. Deswegen sammeln wir schon mal alles ein, was wir auch hier liegen sehen. Ich denke, wir müssen uns wieder neues Werkzeug herstellen. Wir nehmen die Beeren mit. Alles Leckere packen wir ein. Yeah. Ach, Leute. Dank Twitch. Immer streamen wir nicht so allein. Da ist mein Rucksack, den muss ich uns jetzt einfach schnappen. Wie ist das denn? Rucksack? Nein. Wo ist der Rucksack? Nein. Das ist unser Rucksack. Wir sind doch hier vorne irgendwo gestorben. Das ist unser Rucksack. Das ist unser Rucksack. Jetzt machen wir uns wieder aus dem Staub. Wir haben unsere Sachen, die wir haben wollten. Dicker, wo geht's raus? Sorry. Wie viele von den Dingern haben wir denn jetzt? Oh. Knorrwurzel. 20. Dann können wir auf jeden Fall jetzt unser Dorf weiterentwickeln und neue Sachen freischalten. Ja. Oder? Wir gucken mal nach. Ah, wir brauchen noch 15 Planken. 15 Stück, kein Problem. 15 Arbeit. Stein zerkleinerer. Es gibt neue Teile. Ja. Ein Tresen. Da gibt es eine neue Lampe. Okay. Während die Sachen da... Sind die Sachen schon fertig? Wir sollten uns noch mal eine Axt machen. Oh, hier ist eine Axt. So, noch mal ein bisschen Granit gesammelt. Tja, tatsächlich die Bäume. Ich weiß nicht, ob ich die Baumstümpfe da stehen lassen soll. Und da wächst vielleicht was nach. Lass es mal stehen. Vielleicht wächst was nach. Ich weiß es nicht. Wir fällen noch mal ein paar Rohstoffe. Bevor wir... Bevor wir... ...dich umgeben. Eine Waldachst. Komm. Habe ich dann selber noch eine Waldachst? Ja. Jetzt kann der mir helfen. Räume zu fern. Das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, geil. Geht der mir nicht? Oh, mehr Holz. Mehr Holz. Eigentlich habe ich gedacht, ich zocke heute Abend. Kumpel. Aber der hat sich leider bis jetzt nicht gemeldet. Falls du zuschaust. Kollegah. Hast du keinen Bock? Abgekehrt. Abgekehrt. Ein bisschen Erde. Das holen wir auch mal. Okay, unser Inventar ist voll. Wir kehren jetzt mal zurück. Wir holen diese... Was haben wir angefertigt? Planken, glaube ich, waren das? Ja. 15 Stück. Na. Oh, unser Inventar ist voll. Wir müssen wieder was ablegen. Ähm, ich sag, wir lassen den Granit fallen. Den können wir gleich wieder hier einsammeln, falls wir den brauchen. Oh, jetzt habe ich den wieder eingesammelt. So, jetzt haben wir die Planken. Und jetzt sollten wir aber die Erweiterung machen. Jawohl. Wir haben ein gemütliches Regal freigeschaltet. Bücher. Bücher. Bla, bla, bla. Also so Dekorationsgegenstände. Hier noch Sachen. Neue Treppe. Geländer. Also Ecken. Cool. Neues Bett. Reizendes Bett. Ich würde sagen, wir bauen mal hier so ein schönes Regal rein. Damit die Leute sich auch wohlfühlen. Warum geht das nicht? Das sieht ja immer richtig scheiße aus. Warum können wir das nicht hier reinstellen? Ich dachte, das soll schön aussehen. Hä? Ein gemütliches Regal. Okay, wir stellen mal einfach das gemütliche Regal hier vorne hin. Was auch immer es bewirken soll. Vielleicht macht es unsere Stadt attraktiver. Wir schauen mal, was wir als nächstes freischalten müssen. Wir brauchen Knorrenwurzel wieder. Planken und Marmor. Den Marmor, den kriegen wir auch aus den Höhlen. Sehr gut. Wir haben hier noch Schränke bekommen. Und eine Kommode. Und eine Kommode. Mal gucken, ob wir hier einen Schrank reinmachen können. Warum können wir hier keinen Schrank reinbauen? Wir können den Schrank nur hier draußen hinbauen. Das ist doch voll der Mist. Okay, wir haben auch nicht genug Holz. Deswegen geht es jetzt nicht. Sehe ich gerade. Tja, bevor die Nacht anfängt, sollten wir noch mal ein bisschen Holz sammeln. Aber das letzte Mal hatten wir eben so einen geilen Trank. Da hatten wir dann plötzlich sechs, sieben Herzen. Das würde uns ja natürlich sehr viel weiterhelfen. Muss unser Kollege. Kommt ja mit. Boah, wir haben diesen Riesen gefällt. Ah. Jetzt müssen wir einsammeln. Es wird dunkel. Es wird Nacht. Da hätten wir auch noch einen Hauf. Den Baum nehmen wir noch mit. Dann wirkt er. Jetzt lassen wir ihn in unsere andere Hand. Die Physik, dass der Bogensamm auch hier so runterrollt. Finde ich gut. Oh, jetzt habe ich auf einmal Schluck auf. Oi. Das Schaf wollte irgendwie nicht, dass ich es streichle. Deswegen habe ich es mal kurz geschlachtet. Oh. Oh. Jetzt gucken wir nochmal, ob wir diese Schluck... Äh, wir haben noch genug Holz. Planken wollen die, okay. Dann stellen wir nochmal ein paar Planken her. Acht Stück wollen die. Oh, wir können auch Knorrwurzelstab herstellen. Okay, wir können eine neue Schaufel. Um die neue Spitzhacke herzustellen, brauchen wir auch einen Knorrwurzelstab. Und den können wir auch hier bei uns herstellen. Und damit können wir dann die andere Steinsorte abbauen. Das wird nice. Wir gehen sofort zurück. So. 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 So, der hat alles produziert, jetzt produzieren wir gleich mal ein paar Knauwurzelstäbe, die brauchen wir nämlich auch. Gehen wir nochmal hier hoch, wofür haben wir die Planken gebraucht? Oh, es gibt ein Langschwert, können wir auch produzieren gleich. Wofür haben wir die Planken gebraucht, jetzt bin ich kurz verwirrt, hier brauchen wir Planken Knauwurzel, Marmor, achso die eine Spitzhacke müssen wir auf jeden Fall herstellen. So, ich muss schnell pipi, verzeihung, verzeihung. Drei. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ah! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.